so leute heute zeige ich euch einen kleinen gta 5 glitch wie ihr diese sachen macht daumen hoch mit waffen leute das macht richtig spaß und man kann richtig geile sachen machen und seinen freunden sehr viele sachen vorstellen dann beginnen wir jetzt mal ihr braucht ein heli also so ein heli von der jacht wäre am besten ich weiß nicht ob es mit den anderen funktioniert aber mit denen wäre es am besten dann geht ihr zum heli ihr wählt die waffe aus ich sag jetzt mal ich nehme die bazooka also die panzerfaust steigt ein ich steigt dann ein und wieder aus dann macht ihr so nee ihr dürft nicht die spezial dinge machen ihr dürft nur so ja leute da habt ihr es gesehen nicht diese spezial dinge hier ist die bazooka und ja also ihr könnt sehr sehr viele sachen ausprobieren kommen wir versuchen es jetzt noch mit dem mini-gum leute ihr dürft den heli nicht anlassen der darf ein bisschen die propeller bewegen aber sonst nicht so sonst geht es nicht ja leute der glitch macht richtig bock und er bleibt auch immer so in der lobby wenn ihr die waffen habt und ja leute das war's jetzt von mir ciao leute haut rein